Na, wer kennt diesen Teddybär? Hallo Baby, also schaut ihn euch an, er ist der, der am längsten hier ist, seit 2015 ist unser Jeb hier. Wirklich traurig, weil er hat sich mittlerweile zu einem so tollen Hund entwickelt, natürlich braucht er eine spezielle Familie, also er könnte nicht überall hin. Und das ist Jebs Leben hier in seiner Box, den restlichen 23 Stunden, die er nicht spazieren geht, gell Schatze? Also auch er hat jetzt endlich ein bisschen, haben wir Platz oder Zeit, mit ihm spazieren zu gehen. Hey Dicker, schau mal her, Dicki, hier, feiner Pupp. Er ist so süß, er geht ganz brav an der Leine und ist wirklich, ja schau mal her Schatze, ich will nicht so nahe kommen, dann kriege ich dich nicht drauf. Ja, hallo. Kleiner Pupp. Gefunden, Herr, trotzdem ist es immer traurig, wenn die Hunde hier im Innenbereich sind, gell Schatze? Ja, also. Mh, Telly-Bär, ein kleines Bärchen. Vielen Dank.